Was macht Deutschlands beliebtester Comedy-Star in seiner Freizeit? Ähm... A. Er arbeitet heimlich in einer chemischen Reinigung. B. Er nimmt Tanzunterricht. C. Er geht zum Japaner. Hey, Fickfrosch. D. Er kommt ins Kino. Ja! Er ist wieder da. Mit vollem Einsatz. Ich mach Liebe, Liebe, Lecker! Mitten im Hormonstau. Drei Monate enthaltsam leben und nach der Hochzeit alles geben. Tantra des Wartens. Wie warten? Mitten in Mad Madness. Sex ist doch nicht alles in einer Beziehung. Ralf, alles sicher nicht, aber ich finde schon, also fast alles. Lass uns Wartensee Mann und Frau sind. Ja, und was sind wir jetzt? Schwein und Huhn? Was ist? Schwein? Ja, und lecker. Das ist unsere Frau Schmidt Caracas, unsere Auszubildende. Sie macht die Nachtschicht, deshalb auch das Nachthemd. Und jetzt kommt der Problem. Der Problem bist du, mein Lieber! Gewalt löst keinen Problemen. Probleme! Klar! H.P. Kerkeling. Die gute Nachricht ist, hey, die Flecken gehen wieder raus. Endlich wieder im Kino. Ein Mann, der ist wie ein Rasenmäher. Der rostet ein, wenn er nicht ständig am Mähen ist. Samba im Mettmann. Also eins muss man Mettmann lassen. No! Es ist spannend hier.